hallo und herzlich willkommen ich bin's iwo und ich zeig dir heute mal wie man in minecraft ein ender portal bauen kann und natürlich was du dabei beachten muss damit das ganze so wie hier funktioniert als erstes einmal brauchst du diese end portal rahmen hier die kriegst du natürlich nur im creative modus also das ganze funktioniert nur im creative modus hier und ja es ist jetzt wichtig wie man diese portal rahmen hier platziert denn diese blöcke haben eine ausrichtung wie du sehen kannst wenn du hier oben diese textur betrachtet auf der oberseite dann kannst du sehen dass die eine bestimmte richtung hat und dass diese ecken hier außen sind und ja hier zeigen sie quasi in dieselbe richtung und wenn man die jetzt hier befüllt mit den ender augen und die nicht auf der richtigen position stehen bzw gedreht sind dann wird sich das portal nicht öffnen aber was du dabei beachten musst ist quasi dass diese ecken immer nach innen zeigen bzw nach außen platziert dazu drehst du dich einfach hier in die richtung und dann kannst du das platzieren jetzt sind diese ecken quasi immer ja sag ich mal nach außen auf so einer ebene hier kann man sich ja wie so ein strich vorstellen der hier durchgeht hier und das ganze hier auch noch mal und wenn man das ganze jetzt hier mit enderaugen befüllt dann wird sich das portal auch öffnen das eigentlich alles was man hier dabei beachten muss damit das ganze funktioniert ja das war es auch schon wenn ihr das video gefallen hat zeigt mir das mit ein like und wenn du mehr sehen willst dann abonnieren bis dann abonieren bis dann